Vor langer, langer Zeit, als noch alles in Eis gehüllt war, sind seltsame Pflanzen aus Schokolade gewachsen. Die Käfer waren riesengroß und man konnte sogar auf diesen reiten. Plötzlich sind alle Pflanzen und Käfer verschwunden. Niemand wusste, wo sie sind. Doch, der Chocolatier Muntz wusste es, denn alle sind beim Muntz zu Hause. Jetzt sind die feinen Schokoladepflanzen viel handlicher geworden und auch den Glückskäfer kann man jetzt essen. Muntz macht einfach Freude.